Mein Name ist Annemike Ackermanns, ich bin Lehrerin an der Nelson Mandela Schule und ich möchte mich bedanken für die Möglichkeit, unser Medienkonzept und auch natürlich vor allem unsere Art des Lernens vorzustellen. Hybrid bedeutet, dass die Schülerinnen bei uns lernen, selbstständig in einem digital gestützten Umfeld zu agieren, von überall her, innerhalb und außerhalb der Schule. Tichworte dabei sind, ganz wichtig, selbstgesteuertes Lernen in einer authentischen und nachhaltigen hybriden Lernumgebung. In unseren täglichen SOL, also Sollphasen, wählen die Kinder dann individuell den Lernort, das Lernsetting und aber auch ihre Lerninhalte aus und können dafür jederzeit auf unser Computer, auf Laptop, ein Laptop von meiner Klasse, auf ihre eigenen Handys mit Hilfe von Hotspot, aber auch auf Tablets zurückgreifen. Bis zum nächsten Mal.